Einen schönen guten Tag, Leute, und willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session, The Book of Unwritten Tales. Und ja, ich habe leider eine nicht ganz so frohe Kunde zu verbreiten, und zwar habe ich die letzte Aufnahme ziemlich versaut, weil, ja, die Festplatte nicht angeschlossen war und mir die Story das leider nicht mitgeteilt hat. Also es hat fröhlich aufgenommen und, ja, obwohl die Festplatte halt nicht angeschlossen war, das war ein bisschen doof. Das heißt, die Aufnahme fehlt jetzt und, ja, wenn ihr allerdings trotzdem wissen wollt, was genau gesagt wurde, ich werde das auch gleich nochmal zusammenfassen, aber wenn ihr trotzdem wissen wollt, was genau passiert ist, ihr habt nicht allzu viel verpasst, dann könnt ihr bei meinem Kollegen mal reinschauen. Ich habe da jetzt mal, ja, das verlinkt in einer Anmerkung, wo ihr dann tatsächlich bei einem Kollegen reinschauen könnt und das fehlende Stück euch anschauen könnt. Ich denke mal, er hat nichts dagegen, wenn ich das mache. Ich werde ihm dann auch mal noch eine PN schreiben, aber Hauptsache, ihr verpasst nichts. Ja, was haben wir denn gemacht in der letzten Folge? Wir haben mit dem Anführer der Untoten gesprochen, den kann man jetzt leider nicht nochmal ansprechen. Ah, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Ja, ihr hört's, also, er hat ihn quasi schon alles gefragt. Ich konnte das Savegame leider nicht wiederherstellen, das war mir nicht möglich. Ich hätte dann wirklich das Ganze nochmal spielen müssen. Ja, er hat eigentlich nur erzählt, wie er zu diesem Ding hier gekommen ist, zu diesem Pranger-Teil und, äh, ja, das Ganze hat mit dem Paladin, der draußen rumsteht, zu tun. Ähm, der Anführer der Toten hat wohl den, äh, die Schwester beleidigt von dem Paladin und hat, äh, ja, ja, daraufhin wurde er dann quasi erstochen und dann hat er sie im Schlafheim gesucht und dann wurde er nochmal getötet, äh, also quasi als Geist nochmal getötet und dann irgendwann beim dritten Mal ärgern hat, ähm, hat der, äh, Paladin hier ihm diesen Pranger umgelegt und, äh, das ist quasi ein Fluch und der wird, kann nur gebrochen werden, wenn der Paladin ihm für seine Missetaten verzeiht, was er aber nicht vorhat. Er steht hier draußen und, äh, will jetzt den armen Anführer der Toten, äh, zu Leibe rücken und ihn in kleine Stücke schneiden, ähm, und hat hier eben den Kopf von dem Körper von dem anderen, ähm, äh, das war gerade mein E-Mail-Programm, ich hätte es ausmachen sollen, aber ich nehme jetzt gerade zum dritten Mal auf, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal anfangen, äh, egal, ähm, jedenfalls das ist der Kopf von dem, ähm, ja, von dem anderen Zombie, der hier seinen, den Körper von einer Frau benutzt und, nein, andersrum, es ist der Kopf des Körpers, den der Zombie benutzt, so rum, hu, kompliziert und, äh, ja, den hat hier unserem, laut seiner eigenen Aussage, metrosexueller Paladin, äh, als Geisel genommen und wir dürfen auch nicht mit ihm sprechen und, ja, wenn wir den Paladin auf das Thema mit dem, äh, mit dem Anführer der Toten ansprechen, dann gibt er sich zickig und möchte darüber nicht sprechen. Hallo Prinzessin. Ja? Ja, ich mach das jetzt mal. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie. Ja, er muss jedes Mal ausspucken, wenn er Zombie sagt. Und mich etwas an. Ja, ähm, also... Ich muss los. Männerkram machen. Ha, ha. Ja, es wird immer darauf angespielt, dass er irgendwie total schwul ist. Äh, äh, ja. Wir haben auch schon ein paar Sachen eingesammelt. Ähm, wir haben rote Steinchen, wir haben weiße Pilze, eine Landkarte. Da sehen wir nämlich auch, dass das Gebiet hier wieder so groß ist wie damals in der Stadt. Ne? Wir haben ja noch verschiedene Orte, die wir besichtigen können. Äh, und ein pinkes Pompon. Ich kann dir mal anklicken. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. Ja, da hatte ich... In den wilden Landen. Ja. Im Krieg. Und da hatte ich halt dann, ähm, in der letzten Folge gesagt, oh, überhaupt, solange es kein pinkfarbenes Tampon ist, denn den der hier in seiner Truhe hat, ist ja alles gut. Ähm, ja. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Und rote Steine. Rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Ja, äh, sonst haben wir hier alles untersucht gehabt. Die Pfütze mal angucken noch. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Sehr schön. Und hier das Banner übrigens auch sehr schick und modisch. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... Rote Slipper? Ja, sehr modisch, sehr modisch. Hier in der Truhe haben wir auch alles schon durchsucht. Mehr Interessantes war nicht drin. Nicht, dass ich Pompons interessant finde. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall, Nate. So. Das Tippi. Gehen wir jetzt mal besuchen. Und hier haben wir tatsächlich einen Tauren und das finde ich echt witzig, dass sie wirklich so sehr auf World of Warcraft anspielen. Denn in World of Warcraft gibt es auch die Tauren und die sind auch ein sehr Indianer-lastiges Volk. Und die leben auch in Zelten und haben Federschmuck und rauchen gerne Zeug. Und ja. Ich habe das hier leider jetzt alles schon mal gespielt. Deswegen ist das leider nicht mehr ganz so spontan. Aber ich versuche trotzdem, es irgendwie nett zu kommentieren. Es ist... Ja, ich bin auch ein bisschen genervt, dass das jetzt zweimal schief gegangen ist. Aber das soll euch nicht stören. Es war auch mein Fehler und das wird auch nicht nochmal passieren, hoffe ich. Egal. Wir sprechen mal mit der Kuh oder wir betrachten die Kuh mal. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht und die mich nicht zu hören scheint oder sich nicht beleidigen lässt. Jeder mit dem Tauren. Hallo da. Hallo? Jemand zu Hause? Muuu. Ich habe dich gehört. Oh, das ist spitze. Okay, äh, ja, wir wollen erstmal nicht so, ja, wir wollen mal ein bisschen schlichtend hier eingreifen. Das mit dem Muu ist mir nur so rausgerutscht. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Muu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich Ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nur mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Äh, Astrein. Der Nate, das ist so ein... Der ist so diplomatisch und freundlich und das ist einfach nur schön. Ähm, ja. Mein Name ist Nate und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf. Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Ja. Richtig. Ja, genau. So, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was rauchst du da und wo kriegt man es? Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Ja, klar. Du solltest Gras fressen. Ich rauche. Okay. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Oh Mann. Ja, Nate wird auch schon bekifft hier von dem ganzen Rauch. Okay, wir gucken uns einfach mal um. Wir fangen mal mit der Truhe hier an. Kuhschminke. Mehr hat er dazu nicht zu sagen? Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptlingsspalthuf da drüben. Dann nehmen sie doch mal. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Hm, schwarze Tusche. Wie kann ich mitnehmen? Super. So, was haben wir hier noch? Ein Mörser. Ein Mörser samt Stöße. In echter Männergröße. Och. Nate. Ja. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier tun. Och Gott. Äh, ja. Liegt das jetzt an mir, oder ist das normal, dass das irgendwie zweideutig ist? Naja, egal. Ähm, äh, Metallgefäß. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Nimm ihn mit. Hey Häuptling. Wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, starr mal kurz vor dich hin. Danke. Geh? Clever. Alles klar. Ähm, super. Was haben wir noch? Ein Blasebike. Ein Blasebike. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Ja. Mitnehmen? Entschuldigung, der Blasebike hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Hm. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Hm. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Endlich mal jemand, der keine Ironie versteht, so wie dich zum Beispiel. Naja. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja. Das kann man hier auf dem Bild auch deutlich sehen. Hm, mal sehen, wofür wir den gebrauchen können. Was ist das? Federschmuck. Ein hässlicher Federschmuck. Auf keinen Fall. Ich setze mir das Ding nicht auf. Ach, schade. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Ach, komm schon, Nate. Du bist so ein Spielverderber. Ich hätte dich jetzt gerne mit Federschmuck auf dem Kopf gesehen. Okay, was haben wir jetzt noch nicht angeguckt? Den Topf und das Feuer. Die Kohlen glühen nur noch. Aber die Hitze ist enorm. Okay. Topf. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Aha. Öffne ihn mal. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer. Okay. Ja, sieht so aus, als könnten wir da irgendwas drin dämpfen, kochen, was auch immer. Aber jetzt anscheinend nicht. Immer noch hässlich. Sieht so aus, als könnten wir hier jetzt erstmal nichts machen, beziehungsweise wüsste ich jetzt nicht was. Deswegen verlassen wir jetzt erstmal das Tepi. Na, raus mit dir. Und ja, ihr könnt übrigens auch sehr gerne Kommentare schreiben. Habt ihr euch ja in der letzten Folge sehr zurückgehalten. Mit anderen Worten, es gab gar keine Kommentare, Leute. Schreibt doch ruhig irgendwas. Wenn euch was einfällt zum Spiel oder was auch immer, schreibt es hin. Ich werde es in der nächsten Folge auf jeden Fall auf einige Kommentare eingehen. Und vielleicht erwähne ich euch ja. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, Kommentare zu schreiben. Und ich würde mich natürlich auch freuen. So, wir gehen mal in Richtung Orklager. Was haben wir hier? Ui, ein imposantes Vor. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier die Sachen an. Einige Bretter. Mal sehen. Sehen morsch aus. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Nimm sie trotzdem mal. So, unser Inventar ist auch gleich voll. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier noch aufnehmen können. Was ist das? Ein Gerät. So eine Art Saftpresse würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Ja, okay. Können wir nicht mitnehmen, können wir nur benutzen. Was haben wir hier im Müllhaufen? Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Ja, das stimmt. Hier hinten sieht man übrigens die Festung von der Bösen hier. Wie heißt sie noch? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Blumen. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Ja. Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Hm. Nimm doch mal welche mit. Toll. Jetzt habe ich blauer Finger. Also, ich vermute ja auch mal, dass hier mal irgendwie bald was mit Farben passiert, weil wir haben jetzt gelbe Farbe. Wir haben Klebstoff. Gut, das ist keine Farbe. Wir haben rote Steinchen. Wir haben weiße Pilze. Wir haben ein pinkes Pompon. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Schwarze Tusche. Und blaue Blüten. Also, ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall was ausbasteln. Irgendwas Farbiges. Ähm. Okay. Äh, was haben wir denn hier? Ein Plakat. Gesucht. Er schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla, 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 bla. Ist doch immer dasselbe. Ja, gut. Ähm. Das ist jetzt ein Easter Egg, was nicht jeder versteht. Das ist ein... Der Gnoll Hogger ist ein, äh... Monster, das man töten muss in World of Warcraft, wenn man die Menschen spielt. Ähm. Ist eine Quest, die relativ früh schon kommt. Und, äh, ich find's sehr witzig, dass sie das hier wirklich komplett aufgreifen. Es ist wirklich eine nette Idee. Also, find ich cool. Schade nur, dass die Leute es nicht verstehen, die World of Warcraft nicht kennen. Nimm das Plakat doch mal mit. Okay. Vorne schaut mich ein seltsames, wildschweinähnliches Wesen an. Die Rückseite des Blattes ist leer. Okay. Können wir bestimmt gebrauchen. Jetzt ist auch das Inventar wirklich endgültig voll. Äh, ja. Dann klopf doch mal an die Tür. Vielleicht lassen sie uns ja rein. Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir's. Oha. Was glaubst du, was du da tust? Worum? Schöne Stimme hat er. Ich, äh, stürme euer Lager? Ah, ha, 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 ha. Ja. Wer bist du? Ich bin der große Rockgore. Häuptling der Blutsensen-Ox. Oha. Ja, ne andere Reaktion wäre mir da auch nicht eingefallen, was Snape da jetzt grad von sich gegeben hat. So, äh, ha, ha. Okay. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen? Öffnen Sie bitte das Tor. Ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die unsinnigste. Ja. Genau so ist es auch nicht. Und jetzt. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderer steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Das stimmt. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten tausend kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Kriege auf ihren Einsatz. Aber sicher. Naja, was auch immer. Wir wollen wissen, was mit Wilbur passiert ist. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach der. Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aha. Aber seit wann gibt man seinen Gnom einen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Kaputt. Das ist doch kein Gegenstand. Ich will Wilbur zurückhaben. Auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorg dir einen neuen. Aber ich bin für ihn verantwortlich. Dein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Kriegerwettkampf? Was ist das denn bitte? Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegen einen nahen. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Wilbur ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Ach so. Vielleicht können wir da ja teilnehmen. Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Aha. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Wie es scheint, habt ihr Angst vor einer echten Herausforderung? Genau. Was für eine Herausforderung? Ähm, also davor, dass ich da reinkomme und gegen jemanden von euch antrete. Ich kann dir nicht folgen. Das wäre die Herausforderung. Für wen? Für meinen Gegner. Du redest wirr, Mensch. Du redest wirr, Mensch. Wo kommt das denn nochmal her? Das ist der Anspruch, den es irgendwo gab schon. Ach, ist das schön. So, ähm. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich komme wieder. Ich werde warten. Ha, also ich habe da auch so eine kleine Ahnung, worauf das hinausläuft. Allerdings, für den Paladin können wir doch schlechter reinschicken. Ich meine, der, 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 der bricht sich doch die Nägel ab. Das geht doch nicht. Und, äh, naja, der Tauren ist zwar groß und stark, aber der sieht auch nicht so aus, als würde er da reingehen und den aufs Maul hauen. Ich meine, der ist immer bekifft. Was soll der schon machen? Naja, und sonst haben wir hier ja auch eigentlich... Was haben wir denn hier noch für Orte? Naja, vielleicht treffen wir ja noch auf andere Leute, die uns da helfen können. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht müssen wir es auch... Naja, okay, er selber wird es wahrscheinlich nicht machen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir da reinkommen. Wir gehen mal wieder zurück. Und, äh, ja, woanders hin kommen wir ja auch noch gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt uns mal hier was einfallen lassen und müssen jetzt mal mit den anderen sprechen. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ihr, äh, ja, nicht alles jetzt mitbekommen habt. Äh, wie gesagt, schaut in das Video von einem Kollegen rein. Der wird sich sicherlich freuen. Ich hab das ja verlinkt. Auch in der Beschreibung steht das nochmal drin, äh, der Link. Und, ähm, ja. Schreibt schön Kommentare. Dann kann ich dann nächstes Mal auch drauf eingehen. Und, äh, ja. Ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.